Musik Let's Play Yeah Hallo und herzlich willkommen zum finalen Part von Let's Play Paper Mario Und wir werden jetzt durch diese Tür gehen und den letzten Endpost mal ordentlich auf die Fresse hauen Nicht! Nein! Die Überschrift dieses Partes und der ganze Anfang hier ist einfach nur um euch zu verarschen Ich werde erstmal 100% in diesem Spiel holen Und das heißt wir machen als nächstes den Duellkerker Hooray! Also wir sehen uns in der Stadt wieder und treffen da die letzten Vorbereitungen Bis gleich So meine Freunde da bin ich wieder in Rohlingen Und ich werde natürlich das erstbeste machen und kein Lotto spielen Nein! Weil ich werde erstmal meine Items loswerden Weil ja ist ja bescheuert wenn ich die ganzen Items Und gleich wieder eins wegschmeiße Ne das wäre ja blöd Wie lagern die erstmal schön? Da können wir vielleicht irgendwann mal Knete daraus machen Falls wir welche brauchen Ja Alles weggeben Alles weg Wir brauchen nichts davon Ah ja Komm Hau weg die Speise Super Sternenwind auch weg Ne Lebensmittel ist nicht gerne behalten Davon kaufe ich mir jetzt auch noch ein paar Das spule ich für euch vor Okay da habe ich alle So viel wie ich tragen Ach egal Ja ich kriege jetzt ja gleich wahrscheinlich wieder einen Trostpreis Und deswegen Ach aber dieser eine Pilz ist mir jetzt auch egal Das soll mir egal sein Ja Scheiß auf den Trostpreis Okay was können wir noch alles zur Vorbereitung machen Wir könnten Äh einmal zum Ordenladen gehen Hm das könnten wir machen Und Eigentlich könnte ich zur Vorbereitung mir auch nochmal die restlichen drei Insignien holen Die mir fehlen insgesamt Blöd nur dass ich nicht weiß welche Insignien mir fehlen Falls Jemand von euch das weiß Ähm Ja Eine Insignie die mir fehlt Wenn einer das weiß Schreibt es unbedingt hin Weil sonst muss ich irgendwann mal Hier will ich nicht rein Sonst muss ich irgendwann mal alle Insignien die es gibt nochmal abchecken Und gucken welche ich nicht hab Mit einem Guide Ja Das ist schon blöd Und das kostet Zeit Und das zeigt Heißt weniger Let's Place Videos Und Er hat einen braunen Looper Super Ein Kack Looper Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal nach Ordenausschau halten Was gibt's denn hier so Irgendwas Gutes im Angebot mein Freund Na kaufen Nein Warum ist Sonderangebote oben und das bringt nichts Das ist sinnhaft Power Sprung Ja könnte sogar gar nicht so schlecht sein Allerdings sonst ist auch nichts so tolles dabei Gib ihn her Hier haben wir den Orden Verschwenden wir noch ein bisschen Geld jetzt Bevor wir nämlich nächstes Mal in die Den Duellkette reingehen Kommen wir meinetwegen den Sound Orden Und Noch irgendwas Den kann ich mir nicht kaufen Ich weiß nicht was ich Kommen wir den Superstar P Den hab ich garantiert auch noch nicht Haha Nein Ich will nichts mehr kaufen Ich hab kein Geld Okay Dann kann ich jetzt noch eine Mission annehmen Die dem In dem Duellkacke helfen wird Ja das kann ich machen In der Tat Hoho Und Ja da geh ich jetzt hin So Zum Missionenbrett Wir sollten jetzt mittlerweile auch alle Missionen Seien die es gibt Ähm Ja wo ist der denn Such auf zu Nein Ähm Wo ist der denn Markforschung Schlange mich Such mich Ähm Hilf Papa Genau das war das Von T Die Bär Er ist ein Duellkacke Nein Ja Den treff ich dann vor dem Duellkacke Und Was ist hier los Warum sind die alle Ach egal Hier ist gar nichts los Ähm Was kann ich noch vorher machen Ich hab 10 Lebenspilze Ich hab Mein Geld verschwendet Und ich hab Ja natürlich muss ich mich auftanken Aber so geht das ja nicht Ohne auftanken ist ja nicht los So will ich gar nicht erst anfangen Hallo Oh diese Ähnlichkeit ist verblüffend Ah Okay Dann schlafen wir eine Runde Okay Da haben wir gut geschlafen Oh sehr toll Sehr elegant Sehr elegant So ich glaub viel mehr können wir jetzt auch nicht mehr machen Ähm Ja gehen wir ja da runter würde ich sagen Hey Gerade ist mir irgendwie noch was eingefallen was ich machen könnte Eine Sache aber Scheint nichts wichtiges gibt es Äh ja Zu sein ne Sternenspieler hab ich auch nicht viele Und dann geht's runter Und dann Wahrscheinlich Ja Gegen dich will ich nicht kämpfen So So Okay Genau hier Ah ne bin ich ja falsch Ja wo bin ich denn hier Haha Ja wie komm ich denn da jetzt einfach hin Ich bin totally falsch Baa Okay jetzt will ich die Sache aber richtig angehen lassen Und zwar Nein nicht mit dir Hoi Oh okay Hier sollte es richtig sein Genau Was Hey 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 Wo bin ich denn Ich find das eher unter nicht Bah Kann doch nicht so schwer versteckt sein Naja okay Ah Jedenfalls geht's jetzt Hoffentlich gleich wirklich zu mir und doch Haha Mal sehen Mal sehen Ähm Moment Mir wurde ja gesagt Ich kann hier irgendwie ran Und wenn das Insignien sind dann hab ich ja schon mal was geklärt Und zwar Ich glaub ich hab's blöderweise ein bisschen vergessen Hier soll irgendwas mit Röhren sein oder so an der Decke Ich seh da nämlich schon eine Röhre Also versuchen wir es mal Weil dann kann hier schon mal ein Ursprung von zwei Insignien sein Werden wir mal gucken ne Oh herrlich Ja Ja Da haben wir schon mal ein Insignien mehr Und wenn an der anderen Seite jetzt auch noch eine ist dann fehlt mir tatsächlich nur noch ein einziges Insignien Und wenn die noch einer von euch weiß Ja Dann Leck mich doch am Ah nein Dann ist das hier Der beste anzunehmende Unfall Der Bau Der Superbau Oh Okay dann fliegen wir jetzt Da Dann fliegen wir da rüber hab ich gesagt Ich weiß gar nicht mehr wer mir das gesagt hat Mit der Röhre hier Oh Falls du zuhörst Ich kann deinen Namen meinetwegen nochmal erwähnen Aber jetzt Hä Was zum Was zum Ja willst du mich verarschen Da ist doch noch was an der Seite da Ne da ist tatsächlich nichts mehr drauf Bööö ne ok Dann fehlen immerhin noch noch zwei Insignien Ok 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 Jetzt geht's aber hier runter Jetzt geht's ab und runter Und Ja Und sowieso Schwupp Dann wollen wir mal sehen Warum kann ich nicht so hier rüber Und wir fliegen 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 Im Sauseschritt Ok Super Und was ist hier Ja ist es denn wahr Hier ist ein kleiner Tort Yay Der Aufschlag ist gefährlich Ich will sowieso ganz runter Ok Ähm Ja Oh Ich kann noch einen Orden ausrüsten Was nehme ich da Das suche ich mir beim nächsten Mal aus Jedenfalls wollte ich jetzt nochmal das ganze Lexikon zeigen Vielleicht hier Wow Schwuppdiwuppdiwupp Weil ich hab sowieso nichts mehr zu tun Und es fehlen tatsächlich nur noch 20 Gegner die ich scannen muss Oh Gott Und Orden Da fehlen mir auch nicht mehr allzu viele Ich mein 10 sollte ich jetzt hier etwa kriegen Oder 8 oder so Jedenfalls gehe ich dann nächstes Mal in diese vielversprechende Röhre rein Ja Dann bis zum nächsten Mal Bis zum Duellkirker Achja stimmt Vielleicht sollte ich noch sagen Ihr dürft entscheiden Ähm Wie ich den Duellkirker spiele Ich werde garantiert nicht alles zeigen Aber ihr dürft aussuchen Ob ich Pro Etage 1 2 3 4 Oder 5 Kämpfe zeigen werde Ich selber wäre für 2 Oder 3 Aber bitte ihr sagt nur eine Sache Ich darf hier Ich hab VIP Rechte Nein also Ihr dürft nur Schreibt einfach eine Zahl hin Und dann Ja 1 bis 5 Und dann Sehen wir weiter Jedenfalls Ich bin Watchman Blark